Maxi, wo bist du denn? Wieso? Hi Als ob Hey, wie kommt denn der Dinge mal hier in die Hurenbecke? Das war ein Trank grad von ihm glaub ich Wo oben noch Trank? Das wusste ich bis gestern auch noch nicht Vorgestern Kannst du mal nicht meinen Weg gehen Flo? Oben ist noch ein Weg nach rechts Den kannst du gerne gehen Hey, Federstuhlzahn hab ich Habe 3 Stück von Ja, wenn du ihn benutzt kriegst du keinen Fallschahn Achso Ey Leute, da ist ein Herz Wenn dein Herz ist, kannst du es abbauen und dann benutzen Da hab ich nicht gesagt, du sollst nicht meinen Weg gehen Ich benutze eigentlich hauptsächlich, ja Was für ein Ein Rückruftrank Hör, wie viel Platinen das ist Maxi, musst du dir mal so vorstellen Jetzt hast du grad ne ganze Zeit Dauerhaftes Licht Ah ne, wir haben das ganze Leben gebracht Maxi, ich ja Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll jetzt Lachen Ja, irgendwo halt die Höhlen erkunden, Andre Oh, 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 oh! Äh, irgendwo halt die Höhlen erkunden, Andre Hm, ich hab' ja gar nicht andres Problem Aaaaahhhh Fickt mich doch nicht immer alles, Popoloch Mann! Du bist gebombt! Ja! Tät' mir da mehr! Ah! Das ist das! Ah! Ich bin tot. Das Problem ist, Flo, dass man den auf dem Dings anziehen muss. Ja, auf den Helm ausfüßtung. Ich glaube, ich glaube, jetzt... Ah, nix. Und ich muss das Vetter. Wo bist du denn gestorben gerade eben? Irgendwo dahinten ist er gestorben. Oh, Jojo! Oh, Jojo! Ah, ich seh's schon! Der Jojo ist ja geil! Ich führe meinen Hund sch-gassi! Geh mit meiner Laterne heut Nacht! Meine Laterne mit mir! Das unten ist die Herne und unter euch sind wir! Und Herr, Herr, Herr! Ach, ich war mal ein bisschen Holzhaft, glaube ich. Brauch ich auch mal wieder, oder? Nö. Ah! Nein! Okay, hochbauen, hochbauen. Hochbauen. Vor allem, das war doch Damage, Alter! Das Jojo! Ja, ne? Ähm, ja, ne? Hm, ich geh mit meiner Laterne heut Nacht. Und schon bin ich wieder fertig mit der Höhle hier. Und weiter runterbuddeln. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich komm nicht mehr zu euch. Ich mach jetzt irgendwie irgendwo eine Scheiße. Ah! Maxi, da liegen ungefähr zwei Gold, wo ich liege. Ja, und wo liegst du? In einem ernährten Gang. Okay. Ich hab'n kleines Problem! Skelett! Noch ein Skelett! Nein, willst du mich eigentlich verarschen? Als Schwester. Oh, ich baue mich mal hier runter. Ich geh mit meinem Schnee-Block heut Nacht. Schnitzel. Hä, und es gibt ne Musket, hab' ich gehört? Musket, es gibt ja auch so ne Art Gatling Gun. Warte! Gott! Jetzt ist da doch was drin im Wasser, hä? Schnee-Block! Schnee-Block! Ist Eisklotz wichtig? Brauchen wir das? Hm? Eisklotz. Was damit? Brauchen wir das? Nein. Ja, im Prinzip nicht. Also kannst du zum Hochbauen oder so nutzen. Hallo, Flo! Warte noch! Warte noch! Kann sein, warum... Das ist nur Blei, das können wir ignorieren. Geh, geh doch nicht zu mir, du Specki! Was ist denn mit dir? Oh, warte mal. Ich bin so dumm. Nein, André sagt nichts. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Ich bin so dumm. Magst du mal mit dem gleiche Auge? Nein, 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 da ist Wasser. Ich bin so dumm. 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 Wollt'ich machen. Weiter runter bauen. Ja gut. Soll ich zu euch kommen? Nein, jetzt grad nicht, weil grad kein Wasser ist. Du kannst nicht TP'n, ja meinetwegen. Du musst die Karte komplett öffnen Weißt du, wie man das macht? Ich glaub, M drücken Lol, seid ihr tief, Alter Ganz M drücken, hallo Oder ein Telekart Klickt auf LOLL Sprengstoff Ey, komm, zu Maxi, Maxi stirbt Aua Hä, wieso ist Maxi jetzt gestorben? Sprengstoff Löff den Wihhhh Maxi, hier unten ist kein Wasser Ab Maxi, da war ein Herz, ne? Maxi, du musst Ich Ich weiß, dass das ein Herz war Ich bin überhaupt tot Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ich hab das eh... Oh, oh, oh. Geht doch nicht zu mir, du Spucki. Geh, du mal nach... Hey, verlor. Hey, das Herzchenzweck, was ich abgebaut habe, hat er nicht eingesammelt. Muss er aber eingesammelt haben. Oder Maxi, du hast es vielleicht eingesammelt. Ne, bei dem nebeneinander standet. Ne, hab ich nicht. Hier baut sich irgendwas selber ab, die ganze Zeit. Maxi. Hä? Aua. Guck mal, vier. Hey, meiner sammelt nichts mehr ein. Ja, irgendwie die Sachen da hinten konnte ich auch nicht einsammeln. Hä, wo seid ihr denn? Bin weiter runtergelaufen. Lauf du mal weiter nach rechts. Das Pilzbio macht rechts lang weiter. Ich? Nach rechts? Nicht du. Du bist runterflucht. Nach rechts ist nicht mehr viel. Was ist das denn? Oh, tschüss. Hey, ich sehe Maxi gar nicht auf der Karte. Jaja, zwei Klassen. Ja, zwei Kunden. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, ich hab keine Fackeln mehr. Was ist denn hier kaputt? Was denn? Alles klar! Ich hab doch gesagt, mein Dings ist nicht... Ich hab das Herz nicht bekommen, ne? Ja. Vor wie vielen Minuten war das? Nicht mal... einer. Ich hab gerade zwei eingesetzt. Ja. Ich hab Smaragd gefunden. Magd... André, eigentlich teilen wir die Herzen auf. Oh, Flo hier, ich hab noch einen, also von daher ist okay. Wie viele Leben hast du jetzt? Nein, ich hab jetzt 180. Was? Wir teilen uns gerade so auf, dass jeder gleich viel hat. Und der Tank, das bin ich, kriegt immer zuerst den ersten, dass ich die meisten Leben immer habe. Genau, so wie mit den Waffen. Ja. Sorry, dass ich keine Ahnung von euch will. Dann kriegst du jetzt erstmal keine mehr. Bis Flo 200 Leben hat. Das... Du bist Flo 200 Leben hat. Also bist Flo 200 Leben hat... Wie tief ist das Wasser? Nein, ich habe eine Taucheruhr, ja. Ja, die zeigt einem, wie tief du bist. Ja, und wie lege ich es denn an? Weiß ich glaube ich. Äh, ist Maragd eigentlich gut? Naja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was brauchen wir denn alles? Platin, Wilber, Wolfram. Amethyst? Brauchen wir auch nicht unbedingt. Das ist so ein, wie soll ich sagen, Silbererz. Nein! Ertrunken. Nein. Ich dachte, ich halte es länger aus. Und ich komme. Maxi, kein Wasser. Vielleicht könnte das Wasser ausreichen, aber ich würde da auf einmal sicher gehen. Ey, ich habe hier jemanden gefunden. Das bin ich. Hallo, Leute. Äh, wen denn? Ich? Ich habe immer mehr Wasser reingehauen, ne? Da war gerade ein Tino. Ein Salamander. Ja, aber der sah süß aus. Oh, Maxi. Ah! War nicht knapp so. Nein. Ich habe es extra sofort gesagt. Ja, dass da kein Wasser ist, war klar. Aber das da wegen dem Block meine ich gerade. Das war ich. Ich habe... Ich habe... Warum war die Blöcke da? Ja, also... Also, kannst du... Okay, wir sind auf 1700 Meter... Konnte runter. Ach, doch. Bei twenty tonne könnt ihr doch schon die Hölle anfangen, Maxi. Wir hatten noch nicht mal Lava, Alter. Das ist ein komisches Gestein, Beeren, macht Flyass. Was brauchen wir nochmal, wieso brauchen wir nochmal die glühenden Pilzeflug? Um Steckere Haltrinke herzustellen. Genau, stimmt, das war's. Oh, ich bin in der Hölle, glaube ich. Nein, bis vor kurz vor der Hölle. Ja, also da unten ist die Hölle, meine ich. Glaub ich. Leute, hier liegt was. Seh dich da oben, Flo. Ey, ich bin auch hier, du Kacklacken. Wieso siehst du mir nur Flo? Dann seh ich dich. Okay, ich wusste nicht, wer das war. Ich hab einfach nur irgendwie einen Bauern hören und dachte, Flo baut die ganze Zeit. Ich war auch die Person, die die ganze Zeit gebaut hat. Ich dachte, André ist erkunden gegangen. Ich hatte keinen Bock mal alleine zu schillen. Achso. Bevor er wieder nochmal stirbt. Wow, hier unten find ich Copper. Da ist Lava, okay. Ich hab Lava gefunden. Und atmen. Ja, wow, ich kann nur einmal springen, Alter. Ja, wir müssen nochmal versuchen irgendwie, wir müssen halt Kisten finden. Und darin gibt es dann Cloud in the Bottle. Können wir mal irgendwie das Wasser ein bisschen ablassen? Hier? Ja, okay, ich mach so. Hier ist einfach Lava und direkt da unter ist halt Wasser. Nee, komm nicht mehr! Scheiße! Ich kann nicht mehr sterben! Nein! Bauen wir ein bisschen schwer, Junge! Geht ab! Fast tot. Fast tot. Du hast eigentlich mein Leben verloren. Nein! Nein! Ich baue noch ein bisschen runter, ne? Wegen... Nicht, dass du's... Okay, jetzt. Kannst ablassen. Lass das Wasser fließen! Lass das Wasser ab! Lass das Wasser ab! Lass das Wasser ab! Lass das Wasser ab! Ich versuch grad exakt unter euch zu kommen, damit ich hier schon mal weiter graben kann. Ich weiß nicht. Hm. Tröne links! Hey, was hast du denn? Dein Leuchter frühen? Leuchter ab! Ja! Die findest du in Kisten oder in solchen Vasen die du kaputt musst! Oder kannst du dir auch kaufen! Ja, oder das. Kraften aber nicht, ne? Doch. Nee, du konntest dir, ähm... Wir werden immer schmaler, Junge. Ich hab weitergebaut. Ja. Ihr musst ja auch mal Wasser holen, ne? So lange wir nicht runterspringen, ist noch nicht wichtig. Ja, ich hab auch noch Holz... Dings hier. Fällt mir grad ein. Nee, die Anfangswaffe ist glaub ich Kupfer. Da habt ihr schon mal so'n kleinen Gang, ne? Zwar von links nach rechts, aber... Immerhin schon mal drei groß... Drei... Blöcke, die weniger... Nein, neun, die weniger. Komisch. Oh, das Lava. Ich seh' euch! Drei... Truhe. Darf ich? Ja. Es komme... Okay, nein. Loll, bitte! Das hat gerade bei mir und ich geleckt. Habt ihr noch Wasser unten? Bei mir auch. Bisschen. Habt ihr die Blöcke abgebaut, Flo? Ich hab Hermanns Stiefel gefunden. Damit kannst du nach einer Zeit schneller laufen. Maxi, ich würde... Wir haben kein Wasser hier. Ich hab Neustelle-Trank, erhöht die Nachtsicht. Dein Wasserlauf-Trank? Kannst auf Wasser laufen. Ah! Hallo. Haben wieder Wasser hier. Ich nehm' mal die Truhe mit, ne? Warte, pass auf, Flo. Ne, richtig... Okay. Wir haben ja oben... Noch weiter oben Wasser. Okay. Tschüss. Aber... Kann einer von uns schon Obsidian abbauen? Ne. Nein. Hier ist doch Obsidian. Ja, aber es kann doch keiner abbauen. Warum nicht? Weil wir keine... Spitzhacke haben, die das... Die... Kann. Ah! Oh! Ah! Flederbosse! Digga! Flederbosse-Nest! Ah! Ich seh den Anfang der Hölle. Uh! Truhe! Ich hab ne Bombe. Auge von Cthulhu, Flo. Ich hab auch schon einen. Auge von Cthulhu, Flo. Und... Will-Wel-Komm in der Hölle! Ah! 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 Blopp! Ah! Riesenblopp! Ah! 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 Nichts ist schon drin! Siehst du nichts für den Hintergrund? Ah! Ah! der obere Teil von der Hölle. Äh, ich brauche nur dieses Doppelsprung, ne? Ja, das suchen wir dir noch irgendwie. Wie gesagt, wir müssen schneller laufen als wir. Ja, das kann ich. Was? Ich kann schneller laufen als wir. Ja, das stimmt. Und ich könnte zum Beispiel noch ein paar Eis springen und laufen, ohne dass es zerbricht. Doppelsprung ist halt um einiges wichtiger als schneller laufen, finde ich. Ist beides wichtig. Was hab ich denn hier für'n Fisch? Lol, 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 lol. Ich weiß nicht was es war. Ich hab's getötet.